So, 321. Willkommen zurück zu Universum, hätte ich beinahe gesagt. Nein, zu Foundation. Ein Aufbauspiel im Mittelalter-Szenario, zumindest aktuell. Mir ist so eine Art Landgraf, befehlen hier unserer Bevölkerung irgendwas zu bauen, irgendwo zu arbeiten. Die Häuser bauen sie sich selber, wenn ich irgendwo Wohngebiete ausweise oder Landwirtschaft, wie auch immer. Ja, im Moment bin ich dran, Werkzeuge zu bauen. Dafür muss jetzt eigentlich nur noch die Schmiede fertiggestellt werden. Ansonsten hätten wir schon alles hier. Ja, Slot 4. Hier machen wir mal Eisen. Hier machen wir nochmal Eisenerz. Keine Ahnung, wie schnell sich das verbraucht. Hier hatten wir ja Brot komplett drin. Im Notfall... Achso, hier sind keine Träger drinnen. Gehen wir mal hier auch auf Eisen. So... Hier waren ja zwei Träger. Schon wieder zwei neue... Leute in meinem Dorf. Okay, das... Das Dorf zieht echt die Leute an. So, bitte noch die Schmiede fertigstellen. Wie sieht's hier aus? Die besiedeln langsam den Berg. Machen wir mal noch mehr Abbaugebiet. Wobei, ich komm... Das sind Bärenbüsche. Da können sie lecker Bären essen. Und wir haben schon wieder 500 Gold. Jetzt nicht mehr. Oh, es geht manchmal... Ganz schnell. Haushalt. Handelseinnahmen 1000. Grundsteuern. Also, ich glaube, ich kann's mir bequem leisten... ...ne richtig große Kirsche zu bauen. Warum auch immer ich ne Kirsche baue. Aber wenn die Leute unbedingt Kirschen wollen... Wir haben ja hier schon so ne kleine Dorfkirsche. Hast... 76... ...Bevölkerung. Hm... Also, vielleicht noch ne zweite Kirsche. Die frommen Leute! Da... 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 Machen wir das hier runter. Da... 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 Ich mache das hier runter. So, bitte mal... Fertigmachend... Die Mine... Äh... Die Schmiede. interessanter dachstuhl hält das so einfach kann doch im grunde alles hier nach einer seite wegklappen das hier ist stabil so kreuz naja ja wieso bist du zufällig george wohl nicht du bist auch nicht george william oh du bist george ja der ist motiviert zufriedenheit traurig mir fehlte kürzlich was zu essen eine kneipe steinbrücke zierstrauch springbrunnen beim markt was gibt es denn luxuriöser stand warenstand was wird denn auf so einem luxuriösen stand verkauft wollen sie uns nicht verraten nein röschen voll schön zagen die windmühlen machen aber auch schon schön krawall agnes machst du jetzt hier fertig finde ich gut ich muss mal weiter weg gehen das geknarze der windmühlen wollt ihr mich verarschen macht jetzt die schmiede fertig das dreht agnes auch um so keiner kommt wir haben schon wieder 500 gold wahnsinn gut sachen sind jetzt alle hier drin das ding muss nur noch fertiggestellt werden ok wir wir probieren jetzt unsere brücke eine brücke von hier nach da soll es werden schmiede lassen wir mal hier unten denkmal steinbrücke von hier nach da schade passt gerade mit dem bogen nicht gut so kann ich dir jetzt noch mal greifen das ist echt scheiße gerade hier ja löschen steinbrücke nochmal hier oh das das passt diesmal besser hier gehts hoch da gehts runter hier gehts hoch da gehts runter ok mit dem bau beginnen wird jetzt ernsthaft hier in dem brücke gebaut oder hier ja gut runter bringt 55 steine julien 50 oha ok wir bauen hier eine große brücke jetzt gehen wir erstmal hier runter ach so jetzt die schmiede hopp kohle haben wir hier ja eisen kommt nach da ok dann kommen werkzeuge raus ähm haben wir noch freie arbeitsplätze ja komm hier werkzeuge werkzeuge hier machen wir mal reisen und nochmal werkzeuge so gut meine brücke kann beginnen warte da machen wir erstmal noch ein schönes foto hier von der schmiede ne da ist noch niemand drin sobald gearbeitet wird jawoll ja so die steinbrücke die schieben wir mal hier runter machen wir mal hier ein kleines foto und ja das sieht leider nicht so perfekt aus machen wir nochmal so gut steinbrücke hoch wie sieht es aus hier haben wir erstmal ein paar bäume fällen wie es ausschaut hm 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 hmm hm hmm Bauprojektbrücke. Baustelle Steinbrücke. Okay. Da wo die Wege hingehen. Ja. Kann man uns gut merken. So. Wir haben jetzt immer noch verdammt viel Geld. Für 500 gönnen wir uns mal hier. Ähm. Hm hm hm. Bären. Bären gibt's nicht viel. Ich könnte nen Luxusstand bauen und weiß nicht was ich dort verkaufen soll. Aber bauen können wir ihn. Markt. Luxuriöser Stand. So. Und. Da. Kommt n' rotes Zelt drüber. So, ein Schild, so, wenn das nicht schick ist, eine Sitzbank, machen wir hier noch hin. Mit dem Bau beginnen. Unser wunderschöner Marktplatz. Ich muss wahrscheinlich dann irgendwann hier mit meinen Gebäuden vom Markt mal weggehen. Ach so, wenn wir jetzt Hammer selbst produzieren, brauchen wir keine mehr kaufen. Handelswaren aus. Gucken wir mal, was macht der Marktplatz? Priorisieren bitte. Die Brücke hat noch Zeit ohne Ende. So. Punkt. Für was ist Punkt gut? Jawoll, da kommt das erste Holz. Punkt. 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 Sieht doch irgendwie schön aus. Oh, die bauen zu zweit hier. Jawohl. Jetzt geht's ab. So, wir haben schon wieder 500 Gold zusammen. Beziehungsweise fast. Ich werde mal das kaufen. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich mal im Dorf an. Ist hier irgendwie was Neues, was ich übersehen habe? Schäferei, Weberrei, Schneiderei. Habe ich alles? Windmühlen, Weizen, Forsthaus. Ich habe kein Holztor. Dann machen wir mal ein Holztor. Machen wir mal ein Holztor hier einfach hin. Und dann machen wir ein Holztor hier hinten noch hin. So. So. Mauern bauen... Wie geht das? Achso, sind noch nicht freigeschaltet. Okay. Ich bringe einen Zaun. Ah, das ist bestimmt nicht der richtige Zaun dafür. Holztor... Nö, sonst hätten wir alles. Das Holztor ist auch fertig. Als Eingang verwenden. Keine Ahnung. Gebäude fertiggestellt am Markt. Wo ist mein Markt? Da. Ja. Auswärts essen. Was will denn der König? Der will schon wieder Fische. Nein, behalte ich alles für mich. Luxus. Kräuter. Wo bekomme ich Kräuter her? Hä? Verkauft jemand Kräuter? Glas. Der verkauft weiter seine Fische. Er würde Kräuter kaufen. Okay, Sammlerhütte. Bären. Da kann ich auch nichts umstellen, oder? Produziert werden. Der Förster. Wieder auf Förstung. Sammlerhütte. Denkmal. Denkmal. Abgründe. Ist hier noch irgendwo ein Abgrund? Ne, eigentlich nicht. Schade. Gucken wir mal, wie weit meine Brücke hier ist. Ja, sagen wir mal zu 10% fertig. Brauche ich noch viel mehr Steine. Oh, scheiße. Ich sehe gerade. Die Folge wird auch viel zu lang. Dann... ähm... würde ich sagen. Erstmal Ende hier. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Hey, ein wenig My protector bis zum nächsten Mal Einfeld. Tschüss. Äh poi Wie das